Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Hingabe hervorbringen, anzunehmen bei Polemarch Adrestes, in der Bastion, an dieser Stelle. Vorquest war mitfühlende Hingabe. Bei dieser Quest soll man zwei Gegenstände benutzen, die in der Welt einfach so verteilt sind. Natürlich werde ich euch zeigen, wo diese sind und diese sind bewacht, unter anderem durch Elite. Solltet ihr alle drei Quests haben von den NPC-Squadern, wo ich diese Quest angenommen habe, werden sie euch helfen. Da ich aber die Quest einzeln aufnehme, hilft mir niemand. Also muss ich alleine mich hier durchkämpfen. So, ein paar Cooldowns. Ah, dieses Gefäß zerstöre ich mal. Keine Ahnung, was passiert, wenn es auch geht. So, der Elite hat auch schon unter 50%, glaube ich. Und hier sieht man den Anima-Kanalis-Diwab. Und zwar den südlichen. Den muss man ja deaktivieren. Also, an dieser Stelle. Dieses Teil hier benutzen. Nun geht es zum Nördlichen. Zum Glück kann man fliegen. Jetzt kann man hier hoch. Ja. Das sieht sehr gut aus. Hier ist der Nördliche. Normalerweise stehen hier auch zwei Mobs. Die wurden anscheinend gerade getötet. Und natürlich hier auch die Map. An dieser Stelle der Hinweis. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich voll freuen, wenn ihr mich da besucht. Nun heißt es. Nördlichen Anima-Sammler und südlichen Anima-Sammler aktiviert. Jetzt kann man diese Plattform hier anklicken. Oder man hätte auch herfliegen können. Hier ist der südliche Anima-Sammler. Aber die Map mache ich nicht mehr auf. Also die Karte. Ihr habt ja gesehen, wie ich hier hingekommen bin. Nun heißt es. Südliche Tor-Vesper-Glocke geleuchtet. Und nördliche Tor-Vesper-Glocke geleuchtet. Jetzt könnt ihr einfach hoch fliegen. Oder aber ihr nutzt hier dieses Portal. Diese Plattform. Und da oben sind diese Dorf-Vesper-Glocken. Ach ja, nochmal zurück zu Twitch. Es wäre echt super toll, wenn ihr da vorbeischaut. Denn es ist schon einiges los. Aber mit euch zusammen wird noch viel mehr los sein. Hier die nördliche Glocke. Und auf der anderen Seite müsste die südliche Glocke sein. Jawohl. Sehr schön. Dann benutze ich die mal. Und nun ist die Quest bereit zur Abgabe. Sehr cool. So. Quest ist abzugeben. Bei Polemarcha Drestes. In der Bastion. An dieser Stelle. Ihr habt ja gesehen, wie ich hier hingekommen bin. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet. Und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Außerdem nicht vergessen, in der Videobeschreibung Link zum Twitch-Kanal. Eizoke Ende